Das Odenwald ABC. Heute V wie Viehzucht. Über Jahrhunderte hinweg war die Viehzucht ein großer Erwerbszweig im Odenwald und Wagenschwendt zum Beispiel war eine der Hochburgen. Bei jeder Viehschau räumte das Vieh aus Wagenschwendt Preise ab, besonders die Wagenschwender Bullen waren berühmt und versorgten schlussendlich mit ihrem Fleisch auch die Bevölkerung. Apropos Versorgung. Die ärztliche Versorgung im Odenwald war vielleicht früher besser als heute. Zumindest, was die Zahl der Ärzte anging. Aber langsam verändert sich auch das. Immer mehr Menschen aus der Stadt wollen aufs Land ziehen. Von einer wahren Völkerwanderung kann man da aber noch nicht sprechen. In der Nähe Völkerwanderung kann man da noch mehr in der Nähe Völkerwanderung. Die sind die Musik, die sind die St.ilee und die in der Nähe Völkerwanderung.